Er ist ein bisschen grün, Sir. Also mich zeigt er auch nur allein an, jetzt hier. Du bist immer noch im Gegnerteam. Ja. Warte mal, bis die Runde startet. Ich hoffe, dass irgendwas passiert noch, aber ich vermute eher nicht. Warte. Nee. Ist egal, lassen wir trotzdem so. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja nach der Runde nochmal raus und dann gehen wir nochmal rein. Ja, alles klar. Ja. Ja. Was bist du? Sag mir mal immerhin, was für ein Fahrzeug du bist. Dass ich auf dieses Fahrzeug nicht schieße. Ich bin der Little Bird. Little Bird, alles klar. Der ist irgendwie so schwer zu treffen. Ich bin, wie gesagt, im Raygun-Panzer und ich schieße auch auf Flieger und Helis und so. Ja. Lass ich da dann die Finger von. Allo, siehst du vor! What? I don't fucking say! Hey! 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 Das war's für heute. Hier sind aber auch einige Boots drauf, ne? Ja, ja, am Anfang der Runde immer hier. Ja. Ach man, Fabian. Ja, das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Watch out. Also, Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Was ist's? Das war's für heute. Das ist klar. Ja, endlich, Little Bird auch mal abgeschossen. Ja, endlich, Little Bird auch abgeschossen. Das Ding ist mehr eine Flugabwehr Für schwere Panzer brauche ich drei Schuss, für alle Flieger außer einem schweren Transporthubschrauber brauche ich nur einen und das Ding hat halt eine Ballistik, das ist unfassbar Also, es ist unfassbar Du bist die Kkuper Stattdorf 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 Ah, jetzt hat er noch voller Objekt gesehen. Hallo Fabian? Nein! Also. Okay. Danke. Scheiße. Äh, ihr habt A geholt, das gefällt mir gar nicht. Ich hau mal ein bisschen ab hier wieder. Ja, die kommt von der Seite. Bist du noch am Leben? Ich bin schon noch raus. Ach so. Ja, ich bin jetzt wieder im Little Bird. Okay. 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 Ich brauche Gun Elevation. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt aber wieder. Ich bin jetzt hier. boah bin ich mies ey der ist gerade zwei sekunden in der luft gewesen gespawnt gerade zwei sekunden in der luft gewesen und ich krieg den dann ist das mies ey ja 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 hallo user mein bester ich gehe gerade wieder voll ab mit dem kanzler bei fahrzeug superiority verstehe das ist ja auch gut für die aufnahme fixe position jana trockelt recht wenig ja macht das solange das doch geht extrem begrenzt haben die ja ich benutze hier schon berge hauptsächlich um 5 grad nach oben aber elevation genau für 5 grad maximum nach oben und der rest wird nur nach unten wie wie der alte schwedische ist die riefstrahlung unter drei jawohl jetzt auch bei war thunder warum verlieren wir weil du hinten stehst ach was 3 schuss für da kann ich nicht drauf das ist gut hier ist die runde hier ist auch gleich vorbei also hier ist auf jeden fall wieder einer am cheaten 34 0 35 0 wenn ich bitten darf so runde gerade vorbei meine auch 35 0 wieso war es mal auf dem gleichen server tester oder was ne 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 ich bin noch kurz auf den flug server gegangen habe noch 10.400 punkte du mit deinem helien kreis fliegen oder was ja genau hatte ich schon ewig nicht mehr gemacht da guck ich da nochmal rein so 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 so